100 Spieler, 1 Labyrinth. Wer schafft es als erstes ins Ziel? Der Haken? Das Labyrinth ist unendlich. Wer von den 100 Spielern es schafft, das Ziel zu erreichen, bekommt den Hauptpreis. Komm es zu Premium! Doch das Ganze ist gar nicht so leicht. Wir haben ein unendliches Labyrinth gebaut. Vielleicht kennt ihr doch das Video. Dort hatten wir nämlich einen unendlichen Parcours und das haben wir alles mit Druckplatten und einem Plugin gemacht. Genau dieses Plugin haben wir benutzt, um ein unendliches Labyrinth zu machen. Dann haben wir 100 Leute aus meinem Stream gefragt und ein Event raus gemacht. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare, lasst gerne auch ein Like und ein Abo der unteraktivierten Glocke, wie immer, um nichts zu verpassen. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, jeden Tag Streams. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zuerst mussten wir das Labyrinth erstmal selber bauen. Da das Ganze für 100 Spieler angedacht ist, ist das ziemlich viel Arbeit. Ich hab mir ein paar Helfer angeholt und dann ging das viel leichter. Der Bau hat viele, viele Stunden gebraucht, aber irgendwann waren wir endlich fertig. Damit daraus ein spannendes Labyrinth wird und nicht nur ein stinknormales, haben wir ganz viele Kleinigkeiten vorbereitet. Angefangen bei Fallen, ausgelöst durch fast unsichtbare Druckplatten. Die Leute sind übrigens total lost. Secrets mit Tränken und anderen Items haben wir auch vorbereitet, um das Ganze ein wenig aufzupeppen. Die kann man ganz normal mit einer Druckplatte oder einem Knopf auslösen. Einige Mini-Gewinne für meinen Livestream, damit die Leute wenigstens etwas davon haben, dass sie mitspielen. Ich mein, es kann nur einer gewinnen. Und schon war alles ready. Aber wie konnte das Labyrinth unendlich werden? Ganz einfach, es gibt Druckplatten, die einen wieder zum Anfang teleportieren. Und die sind natürlich alle direkt vor dem Ziel. Also kommt man quasi gar nicht zum Ziel. Es sei denn, man hat Skill. Und voila, wir haben ein Labyrinth, das unendlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem unendlichen Labyrinth. Alle Glocke aktivieren, oder? Ich Junge. Okay, okay, okay. Wir haben ein Labyrinth. Ich zeig's euch jetzt kurz. Oh mein Gott, was? Was? Maximal 100 dürfen mitmachen. Eure Aufgabe ist es, in diesem Labyrinth ans Ziel zu gelangen. Und ihr müsst versuchen, als erstes reinzukommen. Hauptgewinnchat ist Gormesupremium. Es gibt einige Nebenpreise. Sie sind im gesamten Labyrinth zu finden, die Nebengewinne. Es gibt gute und böse Überraschungen. Mehr sage ich nicht. Es gibt gute und böse. Es ist ein bisschen random teilweise, okay? Digga, es ist ein Labyrinth. Macht's mal bitte nicht weg, okay? Jungs! Nein! Hallo! Ach, Digga, nee. Ich bin... I'm done, Alter. Und wirklich der dümmste Spieler kann gewinnen. Ich sag, wie es ist. Let's go! Seid ihr ready? Okay, komm. So. Alle gehen schon ihre Wege? Oh mein Gott, okay. Ich bin gespannt. Ich find's... Nee, Jungs! Ist nicht euer Ernst! Nein! Alter, was? Als ob schon so viele in die Trap laufen. Nee. Ich sag, wie es ist. Also das... Da seid ihr selbst dran schuld. Oh mein Gott. Wenn man stirbt, ist man draußen, Chad. Richtig. Hier sind schon einige ziemlich weit gelaufen. Den haben wir dann noch hier so. Kolosser. Total verwirrt. Oh, jemand hat die Trap ausgelöst mit Nausea. So, sie fragen sich jetzt, was ist diese Golddruckplatte? Hm. Bin nach zwei Minuten verreckt, weil ich dachte, die Falle wäre ein Geheimgang, Kekbald. Tja, das ist ein Problem. Ich glaube, alle Dispensern sind schon leer. Kann das sein? Immer nach rechts laufen, das hilft nix. Man bekommt keine zweite Chance. Es sind einige tot. Okay, die Leute, die tot sind, die chillen leider hier. Willkommen in der Hölle, Freunde. Okay, Leute sind hier immer noch am Anfang, was? Hier sind wirklich Leute noch am Anfang. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, Maxi. Was machst du hier am Anfang? Da ist der Spawn und ihr seid teilweise immer noch hier. Mich interessiert, ob jemand bei bösen Fallen schon ist. IceRazer, okay, okay. Aha. Aber ist schon gelootet. Da war eine Woche VIP drin, Freunde. Aber die Leute sind teilweise echt lost. Haha, Digga. Die Leute sind immer noch beim Anfang. Nee, Jungs, ich geb's auf. Was ist das denn mit euch? Du hast dich, glaube ich, verlaufen. Ja, genau. Geh einfach nochmal rein. Oha, was ist jetzt hiermit mit dem Schild? Herzlichen Glückwunsch, Brokkli. Hier ist das Ziel. Einfach in das Loch rein. Tja, du bist in der Lonelybox gefangen, XKV. Das ist natürlich jetzt belastend, mein Freund. Junge, okay. Ich geh mal zu Piro. Wo ist denn Piro? Der junge Piro hat eine Woche VIP gewonnen. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Krass. Eine Goldtropplatte. Aber wisst ihr was? Das bringt euch gar nichts. Haha. Warum freut sich jeder, wenn er eine Goldplatte gefunden hat, Chat? Das ist nicht das Ziel. So, und jetzt kommt etwas. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Seht selbst. Es sind auch nur noch 72 drauf, weil so viele schon geliebt sind, weil sie gestorben sind. Und IceRazer hat's geschafft. Was? Wow. IceRazer. Krass. Holy. Okay, das ist heftig. Nach elf Minuten Chat. Oh mein Gott. Das ist krass. Haha. Da würde ich sagen, IceRazer. Sehr, sehr krass. Liquid Bounce regelt. Legit. IceRazer GG. Ich will mal ganz kurz was von euch wissen. Schreibt mal bitte 77 in den Twitch Chat, wenn ihr tp'd wurdet, weil ihr auf Troll-Druckplatten drauf seid. Haha. Oh nein. Nee, oder? Haha. Okay. Und zwar, und das ist jetzt so ein bisschen der Plot-Twist. Dieses Labyrinth war basically unendlich. Man musste drüber springen. Und das hat IceRazer gut gemacht. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier so lang gelaufen sind und dann hier drauf und dann weg tp'd wurden. Ich will es nicht wissen. Den Gewinner haben wir auf TeamSpeak geholt und haben ein kleines Interview gehalten. Hier haben wir den Gewinner. Wenn du jetzt ehrlich bist, so von 1 bis 10, wie leicht war es für dich? Weil du warst ja schon nach elf Minuten durch. Boah, ich hatte extrem Lack, weil ich irgendwie, ich habe versucht die Wege zu gehen, die jetzt nicht alle gegangen sind. Machst du mal mit den Druckplatten? Wurdest du schon mal zurück tp'd oder so? Nee, weil ich habe mir gedacht, du hast ja schon gesagt, dass es so ein Troll-Parcours oder so wird. Das habe ich mir schon gedacht, so Druckplatten, das ist jetzt zu obvious, Troll. Dann hast du es auch verdient, ganz ehrlich, dann komm. Hast du irgendwelche Worte an die Zuschauer? Abonnierst, Feuerstein. Was steht da, Chat? Was steht da? Abonnieren. So ist es. Ihr habt es gehört, Freunde. Abo dalassen. Zack, zack. Und wir sehen uns nächsten Samstag, 11 Uhr. Ein neues Video. Jeden Tag streamen. Und ciao, ciao. Oh. Oh.